Und herzlich willkommen zu euch bei Dead Island Riptide mit unseren coolen Truppen hier. Wir sind wieder am Dach angekommen und wollen ein paar Quests abgeben. Hallo. Verdammt, das kann ich nicht tragen. Warum kaufe ich das? So, erstmal Erinnerungsfoto, Dings. So. Streitkolben geht nicht. Ach, das hier. Sie kamen zu ihren Eltern. Sie war nicht da. Aber zumindest habe ich ihre Bildung, damit ich weiß, was sie aussieht. Ich schaue weiter. Danke, mein Freund. Ich hatte das Angst. Ich schaue, sie und meine Kinder sind immer da draußen. In einem Moment, in dem ich dachte, dass wir tatsächlich gehen würden. Grausamein Wakizashi. Okay. Verkauf ich den wieder. Oh, jetzt regens raus. Grausamein Wakizashi. Grausamein Wakizashi. Oh, darf ich den? Oh, darf ich den? Ja, mein Viertel. Okay, ich habe alles verkauft. Und gekauft. Und muss nur modden. Ich schaue die Militärin. Ich schaue die Militärin. Gut, dann machen wir jetzt noch die letzte, glaube ich mal, Nebenquest mit der Gesundheitsfürsorge. Das können wir gerade wieder zurückrennen. Ja, aber dann sehen die Leute wenigstens wie wir doof rumrennen. Ja, eben. Wir haben ja Zeit. Genau. Und zwar kommen wir erst in nächstes Jahr raus. Genau. Noch ein halbes Jahr rumspielen. Ja. Rumspielen ist da die richtige Aussage. Ich vermisse hier die Leiter-Runter-Rutsch-Methode. Mhm. Heilt mich! Oh, cool, aber ich bin hier oben und da ist ne neue Munition für die Panzerfaust. Was haben die Leute sich dabei gedacht, als die Panzerfaust-Munition da hingelegt haben? Gell? Vor allem, wenn man sich dabei hat. Ja, wahrscheinlich nicht, dass die Leute mal gucken und dann feststellen, dass die einfach ziemlich scheiße ist gegen Zombies. Also, ihr seid noch... Nee, wenn du, wenn du die, wenn du, wenn du auf den Boden bei den Zombies zielst, dann hab ich vorhin zumindest alle getötet. Mhm. Jungs, falsche Quests. Habt ihr noch? Ich dachte, ich hätte... Du, du schon, ab die anderen zwei. Seltsam, jetzt wo ich gestorben bin, ist oben alles wie Spawn. So viel hat der Jungs so nicht Siege gesagt, dann, dann... Eben. Eben. Und da ist auch noch Oika. Äh, nee, Mehdo, du bist hier oben noch, oder? Ja, ja. Dann ist er dir. Okay, ich bin unten. Ich warte auf Mehdo. Und nehmen wir an das mit dem Raketenwerfer mal PC ins Ziel. Ich hab drei Munitionen, also... Hä? Ich hab drei Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben? Drei Geld. Ja. Ich sag grad selbst, ob Osmedo war verschwunden. Zumindest hat man's nicht mehr genau gesehen. Also der Balken, eine He-Balken und alles. Aha. Deswegen hab ich gedacht, wo bist du jetzt hin? Ey, meine Ausdauer, what the fuck? Ja, ich hab, äh... Auch das Gefühl, die ist... Es hört sich nach einem Kreischer an. Ja, sie ist auch ein. Ich guck mal, ob ich mit dem Fassblatt kriege. Oh, ich wollt'n Raketenwerfer drauf schießen. Wenn? Ich hab verfehlt. Ich schieß nicht mit dem Raketenwerfer, wenn ihr daneben steht. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Also die, die Schusswaffen bringen bei dem irgendwie gar nichts. Ja. Ich hab mich grad in Sicherheit gebet. Gebet. Aha, du steckst voll im Boden drin. Dankeschön. Was war das für eine? Jetzt können die nicht mehr bee-reißen. Die sind Arme. Ihr könnt euch hierher behen. Genau, beht euch mal hier hin. Danke. Yay, weiter geht's. Das Beste war, gerade als ich geschossen hat, hat sich der Kreischer gebückt. So richtig Matrix-Style. Ah, wir sind in nem Haus. Da ist ein Raketenwerfer immer super. Äh, ja. Hi. Ihr seid des Teufels, weil ihr mir das gegeben habt. Das hat ihr keine gegeben. Doch, da lag einer rum. Karrenlos. Das heißt ja nicht, dass es deins ist. Doch. Was heißt ihr? Hallo Nina. Da, Bleiche. Ah, ihr seid da oben. Ach so, das war das. So wie die aussieht, braucht ihr's aber auch da. Ja, dann useful. Ja, Cecil. Hä? Da komm ich mal hoch, wenn man da Bleiche abgeben kann. Bleiche für die Leiche, ähm. Da ist ein Zombie neben mir. Da ist ein Zombie neben mir. Hey. Oh man, warum, warum kann man das nicht abbrechen? Hm, ich hab nur zwei Bleichen. Okay, dann geben wir das bei Cecil ab. Ich weiß nicht, aber habt ihr auch das Gefühl, dass hier überall Alkohol rumliegt? Ja. Oh, der gibt uns einen Klauenhammer. Was auf dich? Oh, der gibt uns einen Klauenhammer. Was auf dich? Nee, das, ich glaub das war eine spezifische, äh, Rundschaft. Für diese Nebenquest. Ja. Ah, okay. Verkauf den aber, weil, äh... Zuverlässiges Tauchmesser. Haben wir hier nicht noch ne Schnellreise? Ja. Haben wir sogar. Oh, das war grad so ne Übel ist. Auf die Quest ausfallen und dann... Äh, haben wir dich noch quasi hier wieder vereint? Erzähle Marvin, dass du seine Frau gefunden hast. Dann können wir nämlich grad zu Marvin nochmal zurückreisen. Über die Schnellreise. Ja, aber wo ist's? Achso, die ist draußen oder unten. Ja, ich geh grad noch. Moment, kurz reparieren. So. Oh ja, wo ist denn die Werkbank? Schnellreise. Schnellreise. Ah, Werkbank. Schnellreise. Den Klauenhammer will ich nämlich ein bisschen upgraden, damit ich mal stumpfe Waffen mehr hab. Die gehen irgendwie aber auch schneller kaputt. Dann... Wäre ich schon mal bereit. Wir haben uns alle schon zu dir gebeten. Genau, das ist doch toll. Gebet... Ja, aber war da in der Nähe der Ryan, der auch was wollte. Auf der Krasse. Die waren alle, was von uns. Ja, ich glaub das würde ja so fortlaufen, oder? Ich glaub auch. Weiß ich gar nicht. Die... Wie der Feind. Kann das halt auch etwas nachdenken, dass der jedes Mal, äh... Also ich mein, zumindest mal, wenn die Hauptquest noch läuft... äh, ne Lebensquest noch läuft's, könnte man da auch drauf bleiben. Dauerhaft. Ja. Bis er abgeschlossen ist. Das wär, das wär richtig... Oh nein, das ist ein Rammer. Hm... Ja, das hab ich schon gesagt. Hüpf. Und weg, das ging schnell. Und weg, das ging schnell. Au. Au. Ist jetzt was los. Nein, die Sterber. Ich auch. Heilt der Finne, ey. Bin auch gleich tot? Ja. Heil dich. Danke. Ich hab ein bisschen Schlechtzeit schreien. Ich... Ah, ich bin... Ha, what the fuck? Ich bin selber tot gerade. Ja. Das irgendwie ist hier doch... Ich glaub, wir sind hier mit... Waffen oder irgendwo... Also mit... Warte, oika, warte! Brauchen wir Kanaden halten, wenn keiner da unten ist. Und schon wieder tot. Ja. Lauf einfach durch. Wie geht's doch? Ich hab das Warte gesagt. Ich bin mir entschuldig. Ja. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ja. Brecheisen. Ein alter Half-Life-Manier. Ewig viel Wasser und Leichtfleisch hier rumfliegen. Okay. Da... Jetzt zerlegt's mich hier schon wieder. Das kann doch nicht einfach viel Schaden machen. Hä? Ich glaube, das Spiel ist grad für Rituale ins Wasser fallen und denkt, dass wir sofort sterben. Jetzt bin ich... Nee, die Monster machen einfach scheiß viel Schaden auf einmal. Das war vorher nicht so. Ich... Die... Die hauen mich dreimal und ich bin weg. Ja. Jetzt wisst ihr, wie es mir die ganze Zeit geht. Hm. Ja. Nee, erwenscht jetzt bin ich mein ganz überschüssiges Geld jetzt los. Ja. So kann das auch loswerden. Fink positiv. Quasi. Ich hab so gut wie nen Level-Aufstieg. Na, ich brauch noch. Na, du hattest ja erst. Ja. Bist du mit dem Leben? Es kommt die anderen noch hoch, dann können wir grad alle da ist. Ich geh jetzt nochmal hier ab. Mauerungsmittel. Ah, da gibt's bestimmt irgendwo neue Raketen. Alle da? Jo, ok. Ja. Silvia is alive, man. She survived the fire. She has seen the hospital. Oh my god, is that true? Can I go see her? Of course you can. This is you, man. Hey, hey, hey. We'll be canceled, ok? Wir müssen ja jetzt nicht dahin transportieren, oder? Befürchte ich auch gerade. Ich würde nicht. Ich würde dir das ganze Welt, wenn ich... Ich hoffe, dieses kleine Gift... ... shows my gratitude. Ok, abgeschlossen. Das ist nichts von dem Kriege? Ich auch nicht. Ich habe auch nichts gekriegt. Ich komme hin da draus. Oh, da ist ne Sprengmine. Ok. Was jetzt? Hauptquist? Äh, ja, wir haben dann glaub ich sonst nix mehr. Ja. Gucken wir mal, ob wir dann zumindest zum... ...zum... ...hospital können wir ja schnell reisen. Haben wir zumindest ein paar Meter Weg schon gespart. Ja, da muss ja nur einer hin, ne? Ne, schnell reisen müssen wir ja alle. Ja, aber einer muss nur zur schnell reisen. Ja. Das ist... ...der Hauptpunkt. Gut. Ha, mal nen Test machen. Wenn wir schon dabei sind. Habe ich eigentlich noch irgendwas an Inventar, was ich überhaupt... Nö. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig schlau bin. Ich habe den Weg schon gespart. Das könnten wir als Ventilator benutzen, wenn man das Ding hier umbaut. Oh, schüttet. So ein paar Blätter ran. Das, äh, wär cool. Ah, Schutz und Munition war doch hier irgendwo, ne? Liegt überall rum. Nur die Panzermunition, äh, die Panzerbrechende Munition hab ich schon eingesammelt. Brauch ich ja nicht. Hab ich gar nicht nötig sowas. Ich muss was kompensieren, also lass mich. Ah. War denn die Schnellreise? Äh, links, neben der Tecke. Da, wo... Ulla ist und so. Ihr habt ein Raketenwerfer gelassen. Ja, doch, ja. Jetzt ziehst du jetzt Hauptsospitel gemacht, war richtig, ne? Ja. Ja. Da haben wir gleich auch schon wieder so nen Drickel oder so von dem Weg gespart. Äh, ich mag den Raketen auch. Okay. Dann machst du den Rückschrauber wieder kaputt. So. Jetzt müssen wir da wieder raus. Jupp. Äh, B? Dafür hätt's jetzt nicht B drücken drauf. Im Prinzip, bei mir sagst du aus als hätte sich nur umgedreht. Ja, bei mir auch. Ja. Die Seite der du den, 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 die, die, die Taste B ist super, das ist auch schon gekreist. Ohne, genau. Kaputt, kaputt. Und der ist schon kaputt. Ähm, ihr geht in die falsche Richtung? Vielleicht über ein Kreischer vielleicht? Ich glaub wir müssen hier runter. Ich glaub wir müssen hier runter. Nee, hier hoch. Ich glaub wir müssen hier wieder keine Wegpunkte. Pisi, da hoch. Okay. Ich glaub bei mir hoch müssen wir so. Wenn ich's richtig weiß. Stimmt genau, das war da drüber und dann... Ja, wir müssen jetzt quasi wieder zu dem Silvia Elternhaus, das war ja da direkt um die Ecke. Ja. Ja. Nee, ist gar nicht eingefallen. Vorgedrängelt. Na toll. Brauchst du keine Leiter nehmen? Hep. Hätte jemand ne Schallgranate, dann kann man die hier rüber werfen oder hier davor, dann kann man die alle töten. Ich habe die Schallgranaten geworfen, ja. Ja, ja, die spawnen immer wieder, das gibt's auch viel EP. Muss nur vor die werfen, also... So an das Gitter. Hammer Time. Nein. Ich hab dem im Übrigen nen Hammer an den Kopf geworfen. Deswegen ist er wahrscheinlich auch umgekippt. Ja, und der ist halt Boomerang. Das war das Lustigste daran. Es hat wie ein Boomerang zu mir zurückgekommen. Und wie ein Boomboomboomerang. Ein Hammerrang. Oh. Und nen Rammer. Ja, den Rammer. Ich glaub, von dem bin ich grad geflüchtet, weil der mich fast getötet hat. Alter. Alter. Autsch. Lebst du noch, Olka? Also, ich hab XP gekriegt. So, ich hab dich wiederbelebt. Das ist echt komisch. Jetzt lieg ich nämlich am Boden und hab da XP gekriegt. Ja. Ich hab keine XP bekommen. Und wenn ich mal selber drauf gehauen hab und... ...quasi aktiv eingegriffen hab, hab ich keine gekriegt. Spiel ist voll der Beschuss. Gerne. Hä? Darf ich überhaupt richtig? Das... Das ist ein Typ zu verkaufen. Oh Gott, das ist ein Wrestler. Ach, das müsste jetzt aber kein Typ verkaufen. Das ist ein Wrestler. Komm her. Moment, da ist noch was zu mitnehmen. Dieses Glück ging übrigens relativ langsam. Ah, eine Postkarte. Hallo. Komm her. Und ein Erinnerungsfoto. Huch. Eiße. Webster? Ja, ja. Wollt ihr noch eine Postkarte? Die gibt's hier. Jetzt bin ich tot. Hüfte meiner? Okay, ich muss weg. Ausdauer, ausdauer, ausdauer weg. Nur falls jemanden interessiert. Toll, das hab ich heiß. Ich hab jetzt so'n scheiß Medikit verschwendet. Auch, das war dumm. Baggerhi, halt fest grad. Jetzt hab ich den Medikit gegeben. Danke. Wie kann der eigentlich da durch die scheiß Tür, äh, tot? Danke. Der ist auch tot. Ich hab einmal meinen Boomerhammer geworfen. Oh, die Wäscherei waren wir doch schon mal. Wüsste eigentlich. Ja, war nicht schon überall. Da wird was... Ja, ich war doch schon. Ah ja, genau. Ich glaub, da hinter uns kommt jetzt ein Kreischer. Ja, dann lassen wir doch. Vielleicht da. Ja. Ja. Gleich angekommen. Wahrscheinlich wär's da aber dann schnell Reise gefließen. Ich hab keine Lebensanzeige und bin tot. Ja? Das hat mich jetzt mein Leben gekostet. Ja. 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 Ich hab mir jetzt gesucht. Soh ich nix. Ach komm, friss den Hammer so. Alter, der geht in die Stau. Ja, jetzt. Schaff mal. Komm, ich möchte gern an diese... Guck mal, hier ist ne Kanone. Ja. Ich möchte ganz gern an die... Zack. Starker Schnitter. Tonfa... Das ist echt so ne... Geheimakte? Geheimakte? Dann machen wir mal mit. Vielleicht Geheimakte? Hier, Blutflecken. Ja. Moment, ich müsste auf die andere Seite. Oh, ich bin aufgestiegen. Dann müssen wir runter, oder? Geheimakte. Ja. Ein Moment, ich mach mal meinen Aufstieg. Mach ruhig. Danach kannst du dann ja immer noch B drücken. Danach machen wir erstmal ne Folgenpause. Wieder? Ja. Aha, bis morgen. Ist schon wieder so bald. Ah ne, bis übermorgen, ne? Ihr müsst sogar zwei Tage warten. Jaja, bis zwei Tage warten. Jaja, man muss zwei Tage warten, ne? Wir müssen gleich wie es weitergehen und ihr müsst zwei Tage warten. Haha. Wer weiß. Ich weiß die ganze Zeit schon wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.